Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute Mech Arena und ja es geht jetzt wieder Wettbewerb los, deswegen würde ich sagen, starte mal mit dem Wettbewerb. Viel Spaß! Okay, die erste Runde geht los. Oh, FFA. Ich habe dir gar nicht vorher nachgeschaut, was das für ein Wettbewerb ist. Es ist FFA. Also, ja. Okay, ich bin nicht perreng. Ach Mensch, Nexus, was soll das? Ich habe dir doch gar nichts getan. Doch, ich habe den beschossen. Ich hatte ihnen ja doch was getan. Jawohl! So, wen nehmen wir jetzt noch hier raus? Aus dem Rennen. Niemand denn? Ein bisschen warten. Okay. Ich habe es nicht überlebt. Ich brauche mehr Kills. Also, was ich sagen wollte, ich habe mein Ding jetzt neu eingestellt, meinen Bildschirm. Ich hoffe, das passt jetzt besser. Bei der Feuer war ja immer so ein Grünschimmer drin gewesen. Alter, das gibt es doch nicht. Super. Jetzt kommt da rechts einer. Oh, schnell weg hier. Fünf. Vier. Drei. 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 Jawohl. Das war knapp. Bewegt dich doch nicht. Ach, Mensch. Da, den. Jawohl. Sechs Kills. Ich glaube, sechs brauche ich auch mindestens. Jawohl, sieben Kills. Boah, Platz drei. Das war knapp. Also, ich finde, wie ich jetzt mein Bildschirm hier eingestellt habe, besser. Weil hier bin ich ja. Und hier war ja immer so ein Rand. Ah, endlich. Nach so langer Zeit mal richtig viel eingestellt. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Gut, dann schauen wir mal. Ich war dritter. Ah, mit sechs hätte ich auch gewonnen. Daher passt schon. Also, man braucht so mindestens immer sechs Kills. Dann hat man meistens mitgewonnen. Gut, dann geht es zur zweite Runde. Viel Spaß. Nee, zweite Runde. Und ich habe gerade gesehen, ich habe eine Quest, dass ich eine Strahlenwaffe brauche. Also, mit einer Strahlenwaffe gewinnen muss. Dann muss ich jetzt erst mal ein paar Kills mit ihm hier holen. Okay, erstes Blut. Aha. Warum bewegt er sich nicht? Da kommt einer runter. So, erst was dann. Oh, der hat sich viel Leben. Hey, springt er einfach da rüber. Super, super Mila. Okay, dann nehmen wir jetzt hier den hier mit der Strahlenwaffe. Was war hier für ein grüner Strahl? War das mein Kill? War noch nicht mal mein Kill, oder? War das mein Kill? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das gibt es doch nicht. Nein, der ist raus. Mist. Ah, nicht schießen. Laufen. Oh, das war mein Kill. Ach, nee, ey. Okay, das war die Strahlenwaffe. Jetzt kommt der mit die Raketen. Und Da ist... Ach, nee. Warum haben die alle so schnelle Bots? Okay, meiner war ja auch schnell, aber ich dachte, ich könnte da was machen. Jawohl. Och. Hau den noch einer weg. Genau. Hau ihn einer weg. Jetzt habe ich nur noch den hier. Der bringt mir hier hier gar nichts. Oh. Trotzdem beinahe ein Kill. Okay. Ja, ja. Ja. Mach mich kaputt. Mach mich kaputt. Du Ratte, du. Ja, bin raus. Nein. Oh, trotzdem dritter. Das ist ja heftig. Trotzdem dritter. Ja. Aber Mia hat einen besseren Mech gehabt als ich. Gut, dann schauen wir mal nochmal nach, wie es bei der Bewertung aussieht. Ah, die Quest meinte ich. Strahlenwaffe. War aber knapp gewesen. Na gut, dann nächste Runde. Viel Spaß. Runde Nummer 3. Ich nehme wieder den hier. An Anfang. Wovor habe ich den anderen genommen, ne? Hm, egal. Huuu. Ne, ja. Ne, ja. So Haha Megmat Du wolltest einfach auf mich schießen? Von hinten? Haa, supi War wieder Megmat da Da wollte mich grad von hinten angreifen, die Sau Supi 4 Kills Ich könnte schon auf der Gewinnerstraße mit dabei sein Ach ne, da ist er abgetaucht Sonico Megmat, warte auf mich Supi Ach, Raketen treffen mich hier nicht Immer oben links auf der Karte schauen Ob einer kommt Da kommt einer Da kommt der nächste So, jetzt Kann mich bitte einer töten? Ich brauch noch Ah ne Den Strahl Ich muss ja so viele Leute kehlen, ne? Ach Ich muss ja nicht gewinnen Ich muss Leute kehlen Mit den Strahlen Kommt denn der da auf einmal her? Die sind so schnell Die sind so schnell Godlike Und dann wird es weiter Oh ja, immerhin Hat er grad am Ende mit denen hier noch Alle Kills geholt, ja? Naja, egal Alles gut Supi Das ist ein perfektes Ende würde ich sagen Wir schauen mal die Bewertungen an Die Werte Fünf Punkte Ich kriege Unter Gegner Megmat Den habe ich zweimal gekillt Oder dreimal Naja, egal Hat nicht ganz gereicht Er war besser als ich Aber trotzdem Zwei mit Nummer drei Und einmal Nummer zwei Also ich habe mich schon heute verbessert Morgen sieht es wieder anders aus Das sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr aber nichts mehr dabei seid Bis zum Glück Viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss